Das ist der Jubiläumskonflug mit JREMMM! Wir haben es geschafft. Sie blinkt auch der Konf. Und ich immer noch ohne Kontakt. Danke. Wir warten jetzt eine Stunde, bis wir zwei Menschen am Bahnhof abholen müssen. Wir sind schwer beschäftigte Leute. Deswegen ist es nicht wahr. Aber wir haben das richtig ausgesucht. Ja. Also ich glaube alles andere wäre heute zu warm geworden. Wir haben einen Fan hier. Einen ganz lieben Fan. Du kannst es Hallo Youtube sagen. Hallo Youtube. Sehr gut. Wir sitzen immer noch hier. Wir haben jetzt JREMM abgeholt. Die sind aber noch drin. Und ich warte jetzt auf meinen Ehegatten. Der ist jetzt nämlich auch weg. Ja. Gut schon. Ja. Nein. Immer diese Trage. Ich bin so schön. Ich filme nicht dich. Ich blogge mal wieder. Zwei Jahre nicht mehr auf dem Kanal gewesen. Da ist Aki. Am Chillen. Ja. Mero übernimmt wieder diesen Kanal. Mero übernimmt wieder diesen Kanal. Ja. Es waren die Mädels. Die Wundadelheit. Ja. Eine Person die ich nicht kenne. Luna ist gerade außer Haus. Ja. Ach da ist Luna. Ja. Ja. Das ist vielleicht super gut. Aber die sind auch so. Äh. Let's try. Und wenn es nicht eine Kamera ist. Hast du mir denn die Kamera geführt? Videos oder so? Nein. Einfach in das Bild an den Suchen. Aki hat sie mir gegeben. Mensch. Beautiful. Ja. Ja klar. Das ist halt noch den Tag schwierig. Weil die... ... 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 das man nicht alles mit so langen Haaren machen kann. Wow. Das ist ein neuer Style. Naja und dann... Das sind Pupsfellen. So. Mekohaare. Mekofell. Das sind meine... Das sind meine Boys. Wie geht's hier an? Bestimmt. Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich nicht so krass wie meine Socken. Das ist mein Lungen. Das ist mein Lungen. Ich weiß nicht. Das ist mein Lungen. Hapscher Todoroki. Heißt, ich bin ich nicht so krass. Heißt, ich bin nicht so krass. Ich bin nicht so krass. Heißt, ich bin nicht so krass. Ein Flamingos. Und dann ist das so krass. Ne? Ja. Ich mach jetzt die Luna Drunk-Camp, weil Kindermilch ist on-fleet. Du hast jetzt Kindermilch-Werbung. Kindermilch. Das ist Ruhe für dich, das ist gesund. Kindermilch. All you need is love. We need is love. Herzig! Nein! Kindermilch! Kindermilch! Gute alte Kindermilch. Du appreciatest die Kindermilch, nicht wahr? Natürlich. Da sind schwere Menschen. Nein! Hat die Frösse, Markus! Da sitzt ein pelziger Mann im Wald. Er möchte bestimmt auch Kindermilch, man weiß es nur nicht. Das ist so verkommen. Man will den alten Mann zum Wald sitzen sehen. Da sind schwule Menschen. Ganz, ganz schwule Menschen. Git! Kaito Escalated. Ja! Kaito hat immer noch keine Kontakte mit drin, weil ich sollte nicht rein kommen. Ich glaube Struggles. All Struggles! Diese Wig ist schrecklich! Ich bin kurzart! Wolltest du dich jetzt über deinen Umhang? Ja! Der ist voll geil! Ja, ne? Wenn die lüftet, ist das da drunter! Ja! Ohoho! Ein Geheimnis, ja! Mein Sohn! Mein Sohn! Mein Sohn! Warum hat dein Sohn blaue Haare? Mit wem hast du geschlafen, dass der blaue Haare hat? Na nicht mit grell! Na nicht mit grell! Das ist super wichtig! Ja! Das sieht echt voll geil aus! Außer meine Farben drin! Das ist ja voll fancy! Voll fancy! Voll fancy! Und das ist das auch schön! Das ist ja voll fancy! Ja! Das ist ja voll fancy! Das ist ja voll fancy! Oh! Ein Sohn! Das ist auch schön! Okay! Das ist aber so cool! Okay! Da ist alles paktade! Paktad? Das klingt so geil! Das ist falsch. Mein Appen rutscht. Die hat sich direkt stummt. Nächstens ein Teil. Lass es aus. Ja, weil mein Appen rutscht. Hi. Oh, hallo! Was ist so eng? Ich hab keine. Was ist so eng? Was ist so eng? Oh, hallo! Oh, hallo! Oh, hallo! Oh, hallo! Ja, wir machen Schose in Schose. Oh, hallo! 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 Kingnamish. Oh hallo! Kingnamish. Kingnamish. 간ambish. Das war's für heute. 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 Und du wirst du wiedersehen.